Willkommen zurück zu einem neuen Video, Florian hier. Und in diesem Video möchte ich einmal mit dir gemeinsam darüber sprechen, wo ich jetzt persönlich jetzt nochmal rein investieren würde, wenn ich nochmal bei Null anfangen würde und welche Entscheidungen du da auf jeden Fall auch mit berücksichtigen solltest, wenn du jetzt überlegst, irgendwo neu rein zu investieren. Das sprechen wir jetzt einmal in diesem Video. Und ich bekomme oft die Frage gestellt, Hey Florian, wo würdest du jetzt nochmal neu rein investieren, wenn du nochmal neu anfangen würdest? Oder was ist jetzt gerade lukrativ? Und da ist einfach nur wichtig, dass du beachten solltest, dass meines Erachtens das beste Investment immer in sich selber auch ist. Der eine oder andere sagt das vielleicht auch da draußen, aber es ist wirklich Pakt. Weil du musst erst mal dir Wissen aneignen, um dann natürlich auch selber Entscheidungen zu treffen, ob dieses Investment gut oder schlecht ist, mit einer ganz klaren Risikobewertung. Und das schauen wir uns auch gerne gleich mal kurz ein bisschen genauer an. Aber wichtig ist wirklich, investiere nicht selber. Investiere in Bücher beispielsweise, wo du dir auch was rausziehst. Das heißt jetzt irgendwie nicht, dass du dir jetzt zehn Bücher holen sollst und alle lesen sollst. Du musst auch die Sachen, die da drin sind, auch umsetzen. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du Dinge nicht umsetzt, wenn du auf andere aufhörst oder wenn du Bücher liest oder Sonstiges. Das ist extrem, extrem ein großer Manko einfach. Deswegen musst du einfach Dinge einfach umsetzen. Und kommen wir jetzt einfach direkt auch zu dieser Risikobewertung, die ich auch meinte. Weil diese Risikobewertung, die kannst du auch nur machen und auch analysieren, wenn du halt wirklich in dich selber reininvestiert hast, klare Entscheidungen treffen kannst. Das ist wirklich ganz wichtig. Ein größter Fehler ist natürlich, dass du halt mich auf andere Menschen auch hörst und einfach blind irgendwo reininvestierst, weil sie sagen, hey, das und das Investment ist richtig gut. Ich habe selber schon Geld reininvestiert. Und das ist da, das ist so und so viel halt auch entstanden. Der klassische Sektor dahinter ist natürlich auch so was wie der Kryptomarkt. Ja, da ist es halt auch immer extrem volatil. Und dort verdienen die Menschen sehr schnell sehr viel Geld. Ja, und dadurch dupliziert hier das schnell auf die breite Masse. Aber wenn du dort auf Entscheidungen von anderen hörst, dann wird das wahrscheinlich so eher kontraproduktiv sein, weil vielleicht hast du auch selber schon mal eine Kryptowährung reininvestiert, da und da selber schon auf die Nase gefallen, weil das einfach extrem häufig der Fall ist, ja, dass einfach Menschen blind einfach anderen Menschen da folgen und nachinvestiert. Also immer so zur Folge, dass man, dass auch einfach Geduld fehlt, ja. Weil an der Börse ist es einfach wichtig, dass du geduldig bist. Ja, weil das Geld fliegt nur noch von den Ungeduldigen zu den Geduldigen. Und deswegen brauchst du auch eine klare Strategie, an die du dich auch einmal hältst. Und auch ist es halt auch wichtig, wenn du in Investments auch tätigst, sei es Kryptowährung, sei es Gold, Silber, Immobilien, ja, dass du immer dich breit auffächerst, ja, dass du dein Geld immer nähere, ja, beispielsweise, dass du einfach nicht alle Eier in einen Korb legst, ja, sondern einfach immer dein Ei so gesehen in verschiedene Körbe einmal halt auch legst, ja, damit du einfach, ja, dein Kapital auch ein bisschen sicherst, weil auch eine Immobilie ist auch höchst riskant, genauso wie nur eine Kryptowährung zu haben, genauso wie zum Beispiel nur Silber zu haben. Ja, du brauchst ein breites Spektrum an einem Portfolio, damit du auch emotional nicht so eine hohe Belastung auch einmal hast, ja, wichtig ist aber immer, dass du einmal eine klare Strategie dahinter halt auch einmal hast, weil wenn du das nicht hast, dann ist es total furchtbar, einfach extrem schlimm und dann wirst du dein Kapital auch einmal verlieren, ja, egal wo du jetzt auch stehst, ob du jetzt mit 1.000 Euro was machst, ob du mit 10.000, 100.000, eine Million was machst, ja, du machst einfach grundlegend fatale Fehler, wenn du diese grundfundamentalen Dinge nicht beachtest, wie, ja, emotionale Entscheidungen richtig kontrollieren, halt die Eier, so gesehen, also deine Investments halt in mehrere Körbe natürlich halt auflegen, also schön breit auch auf Fächer natürlich, ja, das ist wirklich wichtig. Weitere Fehler, die du auf jeden Fall nicht bei deinen Investors machen solltest, ist irgendwie zu denken, dass du jetzt den besten Einstieg auch einmal verpasst hast, ja, oder den besten Ausstieg verpasst hast, ja. Das ist auch immer wieder, dein Krypto-Beispiel ist immer am besten, ja, weil Krypto-Währungen so krass volatil sind, weil alles da viel schnelllebiger ist. Heißt also beispielsweise, es gibt Menschen, die damals beim Highpeak bei Bitcoin, ja, als er bei 67.000 war, gesagt haben, oh mein Gott, ja, warum bin ich da nicht rausgegangen, ja, oder beispielsweise damals, als er bei von mir aus 1.000 Dollar war, 4.000 Dollar war, nicht reingegangen sind, aufgrund von, oh, hätte ich das doch mal gewusst, dass ich das halt mache, und jetzt ist der Zug abgefahren. Und dann, hey, du kannst immer wieder neu investieren, der Zug fährt nie ab, ja, du kannst, du hast immer wieder neue Möglichkeiten, du hast immer wieder neue Chancen, das ist ganz wichtig, die musst du entlarven und auch verstehen, ja, aber wenn du das fehlende Wissen da, also wenn du das Wissen dazu dahinter nicht hast, dann ist das natürlich problematisch. Das heißt, deswegen ist das beste Investment immer in sich selber, damit du dieses Wissen auch einmal hast, von diesen krassen Marktschwankungen kontinuierlich zu profitieren. Deswegen sage ich mal persönlich, ja, das Trading, beziehungsweise halt auch Kryptowährungen und allgemein die Währungen immer das beste Investment halt auch ist, also das sicherste Business der Welt ist, ja, weil Menschen immer wieder handeln werden da draußen, ja, wir sind jetzt gerade hier auch im Restaurant, ja, wir zahlen jetzt auch gleich natürlich wieder mit Euros, ja, mit der Kreditkarte auch wieder digital und, ja, das ist natürlich so, wir tauschen immer wieder Dinge gegeneinander und das macht die gesamte Welt. Und wenn die gesamte Welt das macht, dann bin ich der Meinung, habe ich das sicherste Business der Welt, weil wir werden nie wieder mehr zurück zum Mittelalter gehen, ja, und da würden wir mit Mehl, Kühnern oder so gegen andere Sachen auch einmal tauschen. Nein, wir werden immer wieder eine Währung haben, ob es jetzt der digitale Euro ist, der normale Euro, ob es Bitcoin ist, spielt alles gar keine Rolle. Ja, ich bin darüber darauf gewappnet, ich habe meine Eier überall in meinen Körbchen natürlich verteilt, bin überall halt auch teilweise investiert, was für mich sehr einfach ist, ja, das zeigen wir ja natürlich auch transparent in unseren Mentorings, wie das Ganze halt für jeden halt auch anzufangen ist, also als Anfänger oder auch sogar als Experte, das ist immer ganz wichtig. Damit das Beste Investor nämlich immer in dich selber auch einmal ist, ja, damit du genau weißt, wie du recherchieren kannst, ja, damit du ganz genau weißt, ja, also damit dir auch keine Fehler passieren, dass du einfach blind irgendwo rein investierst, irgendwie anderen Menschen auch folgst, sondern ganz klar mit Vorlagen erstmal auch weißt, wie es funktioniert, wie du selber recherchieren kannst, wie du selber Risikobewertungen machen kannst, wie du selber eigenständig deine persönliche Strategie auch einmal hast, die genau an dich angepasst auch einmal ist, damit du langfristig auch gut investieren kannst und auch erfolgreich an der Börse sein wirst, ja, das ist nämlich ganz wichtig, dafür sind wir da, dafür sind wir natürlich das einzige Bildungsinstitut im Bereich Börse und Blockchain-Technologie, um da natürlich den Menschen Sicherheit auch einmal zu geben, ja, deswegen sind auch unsere Prozesse alle TÜV-zertifiziert und das ist halt ein wichtiger Aspekt einfach für dich einfach, den ich dir einfach da mitgeben möchte und wenn du jetzt selber halt auch sagst, hey, ich möchte ganz klare Strategien haben, ich möchte genau von den Experten lernen, wie dieses Recherchieren funktioniert, ja, wie diese Vorlagen funktionieren, wie ich selber meine persönliche Strategie entwickeln kann, dann trage ich ganz gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch hier unter diesem Video einmal halt auch ein und dann hören wir in den nächsten Stunden oder Tagen voneinander und ich freue mich auf jeden Fall, dich in den nächsten Live-Calls auch begrüßen zu dürfen, wenn du dich dazu entscheidest, hier einmal bei uns mit Teil der Community zu werden. Soviel dazu, wir lassen uns jetzt gerne schmecken und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video, macht's gut, bis bald, ciao, ciao, bei viel.